Ich mach um! Na, um zu mir! Halt, ne, das muss ich anders tun! Ich weiß nicht, der alte Karte ist Stefan. Was haben sie selbst gemacht? Haben sie den Tag gesprungen? Ja, da gibt's so... Wir kommen doch am Anfang wieder runterrollen. Die Wirksamkeit, ne, da... Weil sie das wohl miteinander gemacht haben. Haben sie sich da rollen? Also wenn ich die Hacking in Progress sehe, sagst du's mal da. Ich brühe jetzt da und den... Einmal was... Also bin ich schon mal unten? Ja, ich kann von den Einmal was schütteln! Hä? Der hängt aber jetzt in der Luft, Tom. Hm? Die Mine hängt in der Luft. Weide. Weide. Hacking in Progress ist mein Schlusswort. So. Ja. Ja, das war draußen. Das war draußen. Das war draußen. Ja. War nicht jetzt unter mir. Ja, ich... Ich hör was. Der ist unten mein. Also unten da in dem... Ah, ich weiß schon. Der alte Karte. Also der Stefan Bette draußen. Oder draußen. Nein, ich hab schon die falsche Gnade. Echt? Ja, ja. Ne. Ist nicht geliehen. Ja. Ja. Das war ja der Karten. Irgendwo auf der alten Karte. Ja. Also bei mir. Ja. Nah unten ist er. Ja. Ich hab ihn gesehen. ich denke wir werden jetzt als nächstes mal versuchen dass das da in der main hall oder das ist das da unten mal weg immer noch um die abzug stehen werden unten im ich habe mich schon mal nicht bemerkt als ich auf dem Schloss mit der Auffahrer aber ist immer noch unter mir irgendwas ja das kann ein Ding sein wer heißt es? du? ja den ich da halt neig wieder ein besser strahl ungefähr geraten außen ziehe aber außen oben oder außen? oben ja halt hinter mir ja ja wahrscheinlich unten in mir runterkopf ist ja der nächste im Anwarsch hast du in den Männern was gelegt? ja, oder? alles sicher, bis dahin für bloß zur Abschreckung ja bei wie scheiße sind sie herum jetzt alles zusammen? ja die sind unter der Decke oder die Schränke mal kippen halt da sehe ich einen Garten oben also ganz oben ja die ist der 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 Ich glaube er ist so unfähig. Das ist wahrscheinlich nur eine Minie oder so, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Wie vorher? Ungeheiß. Also dein ist es nicht, das ist bestimmt dein Main-Hall gewesen. Was? Schauen wir, ob der da noch ist. Ich habe gerade einen Typen da, der ist total angeheißen. Schlesst du dir auch die Milch? Ich nicht. Da macht der. Gute Nacht. Jetzt machen wir bei dir, bei dein Main nochmal. Leicht da nochmal was? Ähm, Garten oben. Aufpassen. Und da wird er gar nicht. Okay. Okay, das war dein. Hallo? So. 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 Boah. Das ist ein Sticky Kempner. Entschuldige. Bin ich jetzt hier, oder kommen wir wieder? Naja, nichts wo dritten. Na gut. Sollte die Kamera zusammenschließen, glaube ich. Ja. Ich habe mich immer da. Den Garten oben. Hacking-Prozess läuft. Ah! Es ist gar kein Ding. Es ist ein Main-Hall-Main-Hall. Ah shit. Wer ist drin? Weiß ich nicht. Aber sie haben nur drei Minuten. Und haben nur alle oberen Ziele. Die haben ja gar keinen Ziele gehabt. Ne, sei doch. So im Sinne für das Interesse machen sie ich nicht. Oben Garten. Ja. Weiß ich nicht, weiß ich. Fahne ich nicht geschaut. Ah, zur... Ist der, hoffentlich ist der auch hier. Ja. Ja, kein Chef. Ich bin ja nicht hier geredet und dann habe ich die Neuerungs-Mine ausgelöst. Nein, du nicht. Ja. Er hat sich ausgelöst wahrscheinlich. Das war Absicht. Bin ich nicht jetzt? Na, das ist gut. Warte mal, ich hab doch Flair auch. Ich hab mir Angst machen. Nein. Du wärst dich vielleicht eh nicht. Ich hab sie gebraucht. Äh, Garten. Oben schaut sicher mal. Komm, da ist wieder. Da ist zumindest der Punkt. Chef ist gleich mal da. Da ist wieder dein Drecks-Sticky-Kern-Gwen. Ich komm raus. Ich denk, die wollen von oben hacken. Steff. So, nix, oder? Aua. Ne, der warzt noch. Und wie denn das Dick-Kern? Weg. Gasmaske. Wo ist denn dabei? Ja, du siehst, wo der Dick-Kern ist. Ah, da ist er. Ah, da ist er. Ah, da ist er gleich wie du. Er ist unten. Oh, der ist unten, ja. Ja, das ist der. Also, ausschaut ihn nach dem Alde-Kart. Und da ist er irgendwie schockt. BAM! Der hat sich... Der hat sich besorgt. Jetzt müssen wir wieder rein. Neu ist auch so, weil wir jetzt eigentlich nicht bauen. Schaut's bei dir aus? Ja, der ist überall im richtigen Kampf. Wer, der rutscht weg! Jetzt machen doch die! Sind die unfähig? Ja, die haben schon so einen Blauch bis unten gekackt hab. Level 2 Intruder Detected. T-Room ist auch noch dran. Welche ist die T-Room? Corridor Level 2, ja. Oh Mann, ey, warum verrecken hat euch alle dabei? Die sind so... Ah, nein! Und der nächste! Die rennen immer bis die ganzen Mühlen ein. Das ist dann nimmer feierlich. Mei, kann ich gut Mühlen legen. Ja, ich meine wirklich nicht. Ich bin quasi Minesweeper. Das ist, dass du der Computer bist. Ja, aber... In-Change. Sticky Camera... Ja, gerade vorhin hat's ziemlich gelaget bei mir. Hast du das App mitgekriegt in Factory? Ja. Ziemlich heftig gelaget. Äh... Herdschlanz hat mir den mitgenommen. Optimal. Ja. Das ist, glaube ich, das beste Headshot. Was? Herdschlanz. Und halt, äh... Spy Ballet. Aber... Was? Äh, hochkammer. Spy Ballet. So? Äh, äh... Spy Sender. Was? Bei mir läuft auch anders als bei dir. Ich hab auch die Alarms näher. Mit Sticky Cam. Das ist Spy Sender, sagst du. Spy Sender ist besser als Sticky Cam. Auf jeden Fall. Ja. Also... Also... Du... 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 Ich bin bereit. Warte mal. Ich glaube, das sind aufs Klo gegangen. Ich geh aufs Klo. Ja. Ja. Pull ich einmal durch. Ich bin bereit. Ich fahre. Der bringt mir noch rum. Der schon umliegt. Ja. Mit der Hauptkamera. Ja. Du bist dich in den Rücken drin. Ich bin jetzt der Hohen standen. Du meinst, dass du immer ein bisschen wieder hochkommst und dann kommst du mir von hinten. Ja, wie irgen. Warte. Bei mir hast du deinen Taser reingekaut. Was merk ich mit dir weggeschockt? Echt? Ja. Gut. Dass sie mir das Equipment verstüllen. Das mache ich nicht. Jetzt eher hören. Na, was habt ihr gemacht? Habt ihr mal Sweeper gespielt? Ja. Ich wollte kurz aufs Kluge und dann was mir jetzt so recht... Der Järzt, dass ich die mir jetzt so reinsteigere. Achso, du wolltest quasi sagen, du hast größere Probleme gehabt. Ja, größere Probleme gehabt. Gas freisetzen. Gas freisetzen. Ja, das ist mir ja gewohnt für euch zwar. Dass da gegenseitig Gas freisetzt. Ja. Ja, das ist mir ja gewohnt für euch zwar. Dass da gegenseitig Gas freisetzt. Ja. Was ist mir jetzt so ein Zeug umgegangen. Das Wunder weiß ich warum keiner da ist. Ja. 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 Vielen Dank.